Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampfzug am Haltepunkt Friedewald-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Wir begrüßen den Dampf-Bad mit Weiterfahrt nach Moritzburg. Der Dampfzug verlässt Dittelsdorf in Richtung Teich und weiter nach Moritzburg. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Da der Zug gleich auf den Dampf fährt, schauen wir nach rechts und nach links über den Teich.